Moin Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist wieder Vlog-Zeit, denn der letzte ist ja schon verdammt lang her. Hatte auch mal wieder ein bisschen Lust zu plaudern und möchte euch über ein paar Pläne informieren bzw. Videos, die in nächster Zeit kommen sollen. Ja, Hauptthema ist eigentlich die Nintendo Wii U. Der Release ist jetzt schon bald, am 30. November kommt ja das Teil raus. Und ja, ich habe es mir natürlich vorbestellt und habe einiges da geplant. Vorbestellt habe ich es mir zum Beispiel beim Media Markt, denn auf Amazon ist ja alles total ausverkauft und wie ich gehört habe, soll vor Release auch keine Vorbestellung mehr möglich sein. Ich habe trotzdem meine E-Mail da gelassen. Falls ja irgendwie nochmal die Limited Edition reinkommen sollte zum Vorbestellen, dann werde ich das natürlich dort machen. Bei Media Markt habe ich nur die Premium Edition vorbestellen können, denn die Limited Edition haben sie gar nicht angeboten oder noch nicht angeboten. Muss ich mich nochmal schlau machen, ich werde die irgendwie nochmal anrufen oder so nochmal nachfragen. Bisher sieht es aber so aus, dass ich die Premium Edition kriege, außer es kommt was ganz Blödes dazwischen wie bei Diablo 3, dass man da irgendwie zwei Wochen warten muss wegen Lieferschwierigkeiten oder weil nicht genug da ist. Wäre ziemlich blöd, aber ich hoffe mal nicht. Aber wir fangen mal an mit dem ersten Thema. Das erste Ereignis, das ich euch berichten möchte, findet schon heute statt, denn ich bin heute in Hamburg unterwegs, da mich Nintendo eingeladen hat zur Wii U Experience Tour. Das ist wohl so ein Pressevent, was nicht für jedermann zugänglich ist und wie ich der E-Mail entnehmen konnte, kann man dort wohl die Wii U anzocken und bekommt einiges zu sehen. Wie das Ganze allerdings ablaufen wird, weiß ich selber noch nicht. Ich hoffe allerdings, dass ich dort ein bisschen Bildmaterial aufnehmen darf. Seien es jetzt Gameplays oder allgemein das Event so ein bisschen filmen, denn ich möchte euch natürlich davon berichten, wie das Ganze event war, wie es abgelaufen ist, meine Meinung dazu und natürlich auch mein erster Eindruck zur Wii U, nachdem ich sie zum ersten Mal in der Hand hatte. Das Ganze wird dann wahrscheinlich am Sonntag kommen, denn Sonntag feiere ich einjähriges Bestehen auf YouTube. Ja, ein Jahr schon rum, die Zeit, die rennt wie Sau, also für mich kommt das irgendwie noch nicht so vor, als wenn es schon ein Jahr ist. Auf jeden Fall Sonntag einjähriges Bestehen, da werde ich dann ja erstmal was zu meinem Einjährigen erzählen, wie das ganze Jahr jetzt verlaufen ist, meine Eindrücke dazu und dann natürlich auch ja was zu diesem Wii U Event, da werde ich dann auch noch was zu erzählen. Weiter geht's mit den Videos zur Wii U. Ich habe mir ja das Premium Pack vorbestellt, wie ich vorhin erzählt habe und dort ist ja Nintendo Land enthalten. Werde mir auf jeden Fall noch Zombie U dazuholen und eventuell noch ein drittes Spiel, wobei ich noch nicht weiß, was es sein wird, entweder Lego City Undercover oder New Super Mario Bros. U. Ja, eigentlich bin ich ja gar kein Lego Spiele Fan, aber es sah echt genial aus und hat mich echt überzeugt. Ja, es ist aber wahrscheinlich ja, dass es New Super Mario Bros. U wird, aber schauen wir einfach mal und ihr werdet dann natürlich auch zu den Sachen ein Unboxing sehen. Zwar nicht alles auf einmal, denn nicht jeden interessiert Zombie U oder Lego City Undercover oder halt New Super Mario Bros. U. Von daher werde ich das ein bisschen aufteilen. Einmal das Premium Pack mit Nintendo Land, dann Zombie U und dann halt noch das dritte Spiel und dann könnt ihr euch das angucken, was euch wirklich interessiert und seid nicht irgendwie gezwungen, ganzes Video anzugucken. Dann möchte ich auch noch Gameplays machen, wobei ich wieder auf Abfilm angewiesen bin, da ich keine PVR habe und auch gar kein Video Grabber. Wobei mir gestern eine Idee kam, die gar nicht mal so schlecht ist, denn wenn ich das abfilme, kann ich natürlich so eine Interaktion zu dem Gamepad in die Kamera halten, was ich jetzt in der PVR nicht machen könnte. Also wenn was auf dem Gamepad passiert, kann ich das dann halt so in die Kamera zeigen und dann könnt ihr das dann auch sehen. Ja, das ist das zu den Gameplays. Reviews sind natürlich auch geplant, wann die dann irgendwie kommen, kann ich nicht sagen. Kann natürlich sein, dass sich das noch bis ins nächste Jahr hinauszieht, denn ich bin kein Freund solcher Geschichten wie ich spiele jetzt ein Spiel in zwei, drei Tagen durch, damit ich eine Review machen kann. Ich möchte ein Spiel ausgiebig testen und auch meinen Spaß damit haben. Und wenn dann halt eine Review zwei, drei Wochen dauert, dann dauert das halt zwei, drei Wochen. Aber ich habe Hauptsache den Spaß mit dem Spiel gehabt. Das war das zu den Reviews und eigentlich auch zur Wii U. Dann habe ich noch ein Video für Dezember geplant, ein Top 5 der 3DS-Spiel in diesem Jahr, wo ich meine persönliche Top 5 zeigen werde und ein bisschen was zu den Spielen sagen möchte. Und zum Schluss gibt es dann am 24. Dezember noch so ein kleines Spezialvideo für euch extra zu Weihnachten. Wie das jetzt genau aussehen wird oder was es sein wird, werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Aber ich freue mich persönlich schon ziemlich drauf. Bin auch sehr gespannt, was es wird. Ja, ich will nicht all zu viel verraten. Auf jeden Fall, es wird sehr, sehr cool werden, denke ich mal. Und es wird auch das letzte Video sein für dieses Jahr dann. Wann es dann wieder weiter geht, weiß ich noch nicht. Vielleicht am 1. Januar oder halb Mitte Januar. Je nachdem, ich werde mir dann eine kleine Auszeit nehmen, gerade wegen den Feiertagen. Man kennt es ja, es wird ordentlich gefeiert. Und ja, je nachdem, wann ich wieder fähig bin, Videos zu machen, geht es dann auch weiter. Und das waren eigentlich so jetzt die Sachen, die ich einmal so erzählen wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein bisschen Feedback da zu den Sachen, die auf euch zukommen werden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auch die Video holen werdet. Und ja, ansonsten war es das jetzt auch. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß noch und haut rein!